Ihr könnt mich, ey, das ist mein Konkurrent, ihr könnt mich auch auffahren. Da ist schon was, da ist das, da ist das. Ja, das war super. Lass mich vor. Geh weg, ich schieß dir beinahe, blöder Blackjack. So, dem haben wir schon mal einen geschenkt. Also Timber. Timberwolf, ja. Der hat ganz gut was gefangen. Der ist aber krass. Ich rechne es auch, muss ich dazu sagen. Krass schnell, der Blackjack. Der guckt noch ein bisschen was rüber. Boah, ich... Da war noch mehr, eine Viper. Angekautes Beinchen. Ja, da habe ich auch draufgefallen. Ich brauche eine gute Schussposition, ich brauche mal hier was. Oh. Die sind unten, ganz unten links sind sie auch. Gauza, Warfuck, ja, oh. Noch ein Viper, die muss auch sterben. Die haben sie jetzt gerade von mir bekommen. Das ist ein Art, die auch die Lads. Oh, die sterben, müssen eh gleich sterben, hoffe ich. Ich habe hier eine super Schussposition. Ich brauche Hilfe hier oben, ich bin oben auf der Plattform, habe einen noch hinter mir. Au. Ja, warte, warte, warte. Nicht umdrehen. Ja, mein Rücken, mein Rücken, mein Rücken ist halt totes. Ich muss runterfallen. Wenn wir können, hier rein, rein, rein da. Ich muss runterfallen, mein Rücken ist offen. Nein, nix runter. Doch, mein Rücken, die kommen von links und von rechts. Oh, jetzt kommt er auch noch hier. Ich sehe noch gut aus, aber mein Rücken ist offen. Ich gehe jetzt wieder hoch. Au. Wo steht denn der Ritter Rost? Ich bin... Ich bin... Komm, hier die Rampe hoch, bloß. Ich konnte die alle in den Fähren. Ja, 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 ist gut, jetzt kommen hier die Rampe hoch. Ja, ich komm. Ich denke, um die Rampe, bin rechts ja. Ich bin links und laufe den... Min steht gleich. Hier ist den Raufneck. Oh, ich bin tot. Hör damit auf. Geh zwei Schritte zurück. Schnaufe zweimal durch und dann schießt man irgendwas. Oh, hier ist der Rücken tot. Da sind vier Stück um die Ecke. Der weiten Dyer wurde uns komplett überhetzt. Hier rechts. Vertreibe den... Fafnir. Ich komme zu euch rüber. Komm, Vorsicht, Chef. Der haut ab, der Fafnir. Oder? Ja. Er kommt, glaube ich, links rum. Hier wieder links. Aber hier macht er nichts mehr. Chef, links. Ja, Chef, links. Nightstar ist, glaube ich, ziemlich bedient. Der hat nur noch eine Rotarie, der kriegt von... Oh, der Fafnir kommt, der Fafnir kommt. Und hier soll er weg. Rechts, rechts. Aua, aua, aua. Ey, dieser blöde Leid wird jetzt mal sterben. Abweg aus. Der ist weg. Den habe ich abgeschossen. Das ist noch einer. Das ist ungünstig. Hier rechts. Aber das ist noch ein OEV über uns. Komm, ich hier dran. Ich gehe rechts, ich gehe rechts. Ich komme mit dir. Ich konnte ihm rücken schießen. Ich habe zweimal in die Wand geballert. Ja, ich komme, ich gehe jetzt mit rechts. Mir ist jetzt egal. Ich gehe jetzt auch rechts. Jetzt, das stimmt. Der andere Warthog, der hält, ist auch noch ganz... Einer fällt runter. Der Fafnir ist runter. Der ist eh offen, aber der ist abgehauen. Roughneck Center. Ah, da steht zu viel Zeug. Ich gehe auf den... Ich darf da nicht pushen. Das steht zu viel Zeug. Ich verliere ich. Oh, fuck, das war's. Da geht's hier gar nichts. Weiter schießen. Ich... Ja, das stimmt. Ich gehe links rum. Zwischen uns. Oh, das ganze Menge. Oh, das viel. Push, 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 Team. Come on. Attack, attack. Einen habe ich noch mit? Ne, oder? Weiß nicht. Doch. Nein. Ja, oh. Der leitet das Bein offen. Oh, dieser Blöde. Ich kämpfe für diesen Scheiß. Dieser Blöde, ich habe ihn entbeint. Scheiße. Der Warthog hat noch einen Bein. Warthog. 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 Warthog lag. Tötet ihn. Tötet ihn, Warthog. Ah, Gott, jetzt kann ich ins Bett gehen, aber ich spiele noch ein paar Runde. Natürlich, wir müssen noch... Natürlich, ich bin noch fit, bis so lange Minen... Oh, ich bin noch Minen. Was ist da mit? Ich spiele mit Minen sogar eine Runde Helder, was wenn das will. Was? Was? Ich trinke hier alkoholfreies Bier, ey. Was für ein Feierabend. Und ich kriege es jetzt mit, als ich das zweite im Hals habe, ey. Danke, Minen. Für was? Für den Win. Habt ihr jetzt gewonnen? Ah, guck mal, Mageras macht hier ganz entspannt, ne? Wir haben jetzt gewonnen. Also 10 zu 7. Okay, wir haben vielleicht nicht ganz gewonnen, aber... Ich glaube, der will mich jetzt killen. Nicht ganz gewonnen, nur so halbiert. 11 zu 7. Dann muss er jetzt mal mit klarkommen, das Böschchen. Ja, das muss ja reich sein. Yes! Und da soll noch einer sagen, Cheats bringen nichts, ne? Oh, das war wirklich mein bestes Spiel, okay? Komisch. So gut kann man es gar nicht vor. Du hattest halt krass noch Floh-Support, ne? Du bist Grotte. Ja, bestimmt. Das war elendig zu beobachten.